Und nochmal kommen die Gastgeber mit Kittel Wieder Sonny Kittel, schöner Überschneiger und Reiterwitz Sonny Kittel und auf der Ball steigt in der Mitte am höchsten Kittel schon wieder auf dem Weg, war an allen drei Toren beteiligt Kittel hat die Übersicht und zieht Cohen In Goldstadt kommt nochmal Kittel, 89. Minute, Sonny Kittel Sonny Kittel spielt im Strafraum, Pickpock Und dann steht es 1-0 Kittel, und nochmal Sonny Kittel, jetzt macht es Kittel, und nochmal Sonny Kittel. 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 Kittel, und nochmal Sonny Kittel.